18 Cent Und das Schöne ist, dass wir's ja nicht sehen, guten Gewissens shoppen gehen und uns erfreuen an dem Überfluss, der nun wirklich sein muss. Lass mich, ich will das doch nicht hören und überhaupt, wen soll's schon stören? Macht doch jeder so. Hallo? Lass mich, ich will das doch nicht hören. Das Schöne ist, das ist so weit weg, es interessiert mich auch im Dreck. Wehm mein Hemd ein bisschen Krebs beschert, das ist mir wert. Run-Applaus ist längst schon aus dem Sinn, Verantwortung weicht für Gewinn und für den Rest gibt's Greenwashing. So als Marketing-Bling-Bling. Denn das ist meistens drin.